Ihr habt richtig gesehen Leute, wir spielen heute Sonic 06 Ey, und ich hab richtig Bock auf dieses Spiel, weil es so richtig schön beschissen ist, ey Ich hab's mir sogar auf Real Talk Basis gegönnt, also ich spiel's nicht auf dem Emulator Ich spiel's hier auf meiner PS3, hier, das ist der Beweis Wait, es gibt sogar Multiplayer bei Sonic Teamkampf, wie lustig, na scheiß drauf, wir rocken die Singleplayer Kampagne hier Ist es das erste Mal, als du das spielst? Ja, ich hab's tatsächlich noch nie gespielt, das Spiel Aber komm, das werden wir gemeinsam experiencen, ey So, von Sonic 06 weiß ich, dass die Story so weird ist, mit dieser Frau Ich find's so weird, der Gedanke, dass einfach ein Igel mit so einer, keine Ahnung, mit so einer Frau interagiert Und ich kenn die Kussszene, leider Er ist einfach so weird Wie sieht der aus? Bruh What the f-, wie sieht der hier aus? Sonic rettet den Tags und Silber, er ist so lit, guckt ihn euch an, er ist so edgy, aber er ist auch so lit Ah, und jetzt, jetzt kommen wir schon zum ersten Punkt, ich hab gehört, die Ladezeiten sollen giga lang sein, ne, die sollen giga lang sein Oh nein, ich merk's direkt Oh nein, guck mal, hier läuft's flüssig, ne, hier läuft's flüssig, wenn ich hier lang gehe Oh mein Gott, wie, ich check nicht Man hätte das doch locker so überarbeiten können, dass die Ladezeiten nicht so lang sind Nicht so oft welche, komm, wir haben bis jetzt mehr Ladezeiten gesehen als Gameplay Okay, so, ich glaub, hier lang muss ich Okay, oh nein, wie nervig Da sind Geschäfte in der Stadt Vielleicht erfährst du dann, wie du da rüberkommst Oh, wie nervig Jetzt muss ich hier in irgendwelche Geschäfte gehen oder was Zieh die Schuhe an Okay, bevor ich weiter vorlese, was macht er? Okay Okay, man kann anscheinend Steine in seine Schuhe packen Das kann ich auch im Real Life Ah, es tut nur weh, wenn ich's mach Ja, ja, das wollte ich ausprobieren Ey, das wusste ich sogar schon, dass das geht Ey, es ist so komisch Man kann einfach hier im Looping stehen bleiben Jetzt muss ich davon abspringen Okay, jetzt check ich's Bro, diese Mechanik mit diesem Springen mag ich aber, bin ich ehrlich Und die Kamera ist auch so richtig, richtig komisch Man, ist alles, ist alles spiegelverkehrt Kass umstellen Es gibt nicht mal Optionen Wollen, Tails kann ja auch nicht angreifen, so wie ich's richtig verstanden hab Ich hasse alles an der Steuerung von Tails Oh mein Gott, dieser Ah, ich will nicht ausrasten Warum bin ich wieder hier? Lass mich doch direkt im Spiel starten Ich bin einfach wieder am Haupt Ich muss das Intro warte Warum wird das Intro wieder abgespielt? Muss ich das komplette Spiel wieder von vorne spielen? Ich muss das komplette Spiel wieder von vorne spielen Eine Ewigkeit später Okay, jetzt sind wir wieder hier So, warte, kann man hier Man kann hier nichts speichern Im Level Das heißt, wenn ich wieder Game Over gehe Starte ich wieder bei der Anfangs-Cutscene des Spiels So, diese Wichser haben mich gerade abgeschossen Wohin muss ich? Wohin da unten hin? Was? So eine Scheiße Ich hasse es, wenn ich durch sowas Unfaires Game Over gehe Ich kann nicht aufhören Ich kann nicht Ich kann nicht aufhören zu rennen Und dann spielt sie sich wieder mal so für den Arsch Junge Okay, ah, jetzt muss ich die hier töten, oder was? Okay, let's go Ich hab die X noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen Also, Sonic Adventure 2 Ich hab nix gedrückt Ich respawn aus der Mission und so Vor allem, was macht Tails da? Tails, geht's dir gut? Warum rennst du gegen die Wand? WTF? Oder ich verschmiere damit einfach die komplette Lampe Und dann ist sie komplett schraubt Hallo! Hört doch nicht auf zu... Wow, 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 what the fuck Okay, warte Was ist da jetzt passiert? Ich bin in das Weltall katapultiert worden Und jetzt bin ich wieder am Startscreen? Man muss nicht alles verstehen im Leben WTF? Ist da grad passiert? Das Game sollte Sonic Frustration heißen Ja, es soll einfach Sonic Scheiße heißen Das wäre ein guter Titel Ein zutreffender Titel vor allem So dummes Prinzip alles Hä? Wo lande ich denn? Oh! Ich lande irgendwo am Arsch der Welt Wo man nicht weiter kann Ist alles so schlecht Und jetzt bin ich wieder beim Boss So unnötig Dass ich bei nem Game Over Wieder so am Arsch der Welt bin Von der Boss-Fahr ist nicht schwer Aber er funktioniert nicht Genau wie das komplette Spiel Es funktioniert nicht Okay Nein, 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 nein Nicht abbrechen Speicher die Scheiße Speicher die Scheiße Ich will nicht wieder von vorne anfangen Wenn ich Game Over gehe Es laggt Und es ist weird Mit der Frau hier in Sonics Arm Er ist weird Mein Gott Ey Warum falle ich denn hier durch den Boden? Wenn du all deine Kraft zusammennimmst Kannst du Auf dem Sand gehen? Hä? Hä? Ich check's gar nicht Aber warum fällt er dann einfach durch? Hätte man keine Animation irgendwie Einbauen können Dass er Okay, das kann mir jetzt keiner erzählen Dass er einfach im Sand Nein, 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 nein Achso Das Ah Okay Es gibt so einen Energiebalken Unten rechts Man kann mit der Energie darüber laufen Oder was Das rechtfertigt aber nicht Dass ich hier einfach reinspringen kann Und sterbe Was soll denn das? Platz 46 Hat drei Stunden gebraucht Ich glaube das ist aber gut für Sonic 06 So ich spiele jetzt schon eineinhalb Stunden Und bin Keine Ahnung Level 2 oder so Keine Ahnung Ich bin jetzt in der Wüste Oh Ziel Ziel An meiner Kuh Geil Oh Geil Ich mag es nicht Dass das gerade so ein bisschen Wie so ein Liebes Dings aufgezogen wird Vor allem die Waren gerade In so einer richtig harten Wüste Und auf einmal sind sie so bei Windows XP Hintergrund Vor allem wie Eggman hier aussieht Er sieht aus wie ein Bastard Silber ist der Geiztja oder? Silber ist doch wirklich nett Ich bin tot Wow Silber du Wichser Ich habe ihn getroffen Aber was ist da passiert? It's no use Yo Wow Was ein Wichser Yo Er fängt nicht auf Und schlachtet mich direkt wieder nach oben Was hätte ich denn da machen sollen? Das ist wirklich ein sehr geiles Spiel Ich bug in der Wand Ich bug in der Wand Habt ihr es gesehen? It's no use Seine Stimme fuckt mich auch ab Die passt gar nicht Take this That's no use Das passt null Er braucht eher so eine chillige Stimme Ich bin Silber I wanna kill you Nein Take this Wichser Tod Tod Wichser Seine Leiche wird gefickt Silber Episode freigeschaltet Ah Okay Jetzt können wir auch mit Silber spielen Okay Bro Alter Nein Jetzt kommt auch noch Amy Oh Das hat mir gerade gefehlt Das Spiel konnte ja nicht noch beschissener werden Oh nein Wir können speichern Alhamdulillah Ich schwöre nach dem Silber Boss Fight Hab ich ernsthaft Keinen Bock mehr auf das Spiel gerade Aber es war super lustig Ich hatte wirklich vor dem Stream Angst Okay vielleicht finden wir gar nicht so viele coole Bugs Vielleicht wird das ein bisschen lame Bruder Ey das ganze Spiel ist ein Bug Mal gucken Ich hab vor das Spiel nochmal zu streamen In der Silber Episode Und falls wir es freischalten Auch noch ein Shadow Episode Also das war es nicht komplett mit Sonic Sonic 06 Ich weiß ja wie sehr ihr das Spiel alle mögt So Ich hoffe ihr alle habt auch noch einen schönen Abend Haut rein Und tschüss Outro Outro Outro